Es freut mich sehr, dass ich heute einen sehr charmanten Gast hier begrüßen darf, die Tina. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Freut mich, dass wir euch heute in 30 Minuten ein Thema näher bringen können, das glaube ich viele interessiert und zwar Instagram. Wie kann man auf Instagram auch Reichweite generieren? Vor allem, wie kann man sein Hobby auch ein bisschen ausbauen und vielleicht am Ende sogar monetarisieren? Das heißt von 0 auf 120.000 Follower in zwei Jahren. In zwei Jahren. In zwei Jahren, genau. Was machst du auf Instagram? Auf Instagram habe ich meinen Blog, in dem sich alles um Haus und Garten dreht. Also Tipps, Tricks mit Deko-Ideen, Inspirationen und mein Steckenpferd ist auch, dass ich einen eher kleinen Garten habe und habe mich jetzt auf einen Topfgarten spezialisiert. Mein allererster Post, glaube ich, war sogar meine Katze. Katzen gehen immer. Katzen gehen immer, vor allem jetzt. Also das ist, wir haben ja jetzt Zuwachs, Katzen, Baby-Zuwachs bekommen, also die kriegen teilweise mehr Aufrufe als ich. Was steckt da für ein Aufwand dahinter? Bei 120.000 Followern, bei vielen Nachrichten im Postfach, wie würdest du sagen, sieht dein Tag aus? Es gibt natürlich Tage, da hast du wenig Nachrichten. Das ist auch total easy, aber es gibt schon so Momente, wie gesagt, zum Beispiel, wenn ich die Katzen jetzt poste, dann habe ich, also ungelogen, bestimmt am Tag 200 Nachrichten, wo die Leute einfach nur auch einfach schreiben, oh, wie süß, wir haben schon drauf gewartet oder so. Wie funktioniert das Geschäft? Das heißt, du bekommst dann auch von Anbietern, die werden auf dich aufmerksam und sagen, Mensch, Tina, könntest du nicht mal unser neues Produkt bei dir auch mit einbinden oder wie auch immer? Ja, die Firmen schreiben dich halt an und fragen halt, ob du Lust auf eine Kooperation hast und sie hätten das und das Produkt zum Beispiel und das würden sie dir dann schicken und natürlich bekommt man auch Geld dafür, klar. Also es steckt ja auch Aufwand dahinter und man möchte das ja auch, dieses Produkt gut verkaufen, wobei ich immer sagen muss, ich bin ja jetzt ein Kanal, der sehr wenig Werbung macht im Vergleich zu anderen, weil ich immer sage, ich muss 100 Prozent hinter diesem Produkt stehen. Das muss zu mir passen, das muss zu meinen Followern passen und wenn es nicht so ist, dann mache ich es lieber nicht. Ich glaube, das ist schon ein bisschen so das Geheimnis, dass es authentisch ist. Ganz wichtig, ich glaube, wenn man authentisch ist, dann kriegt man auch die Nähe. Eine Frage, die dann oft gestellt wird, ist so, kann man jetzt davon schon leben von 120.000 Followern oder ist es ein nettes Zubrot einfach nur? Also ich sage jetzt mal so, es gibt viele auch in dieser Größe, die natürlich davon leben, ja, aber die machen natürlich auch jede Werbung. Wenn du jede Werbung machst, dann ist das, kannst du das definitiv. Ja, du kannst das oft nicht sagen. Ich sage mal, Instagram ist eigentlich wie Lotto spielen. Du stehst in der Früh auf und dann sind ein paar dabei, die haben einen Sex im Lotto, da läuft es dann super an dem Tag und die anderen laufen halt durchschnittlich weiter. Was geht am besten? Im Moment gehen ist natürlich die Zeit für Reels, ja, das ist ganz klar. Instagram pusht die Reels auch im Moment, weil es soll ja auch dahin gehen, dass du mit den Reels Geld verdienen kannst. Was das Wichtigste ist und was ich auch jedem mitgeben kann eigentlich, du musst dir selber treu bleiben. Es bringt nichts, wenn du versuchst, was zu machen, was andere machen oder dich verstellst oder sonstiges Wichtiges. Immer im Leben, bleib dir selber treu, ganz ehrlich, dann kommst du authentisch und normal rüber und es ist überhaupt nicht anstrengend. Ja, es ist anstrengend, wenn du dich verstellst, aber wenn du bleibst, wie du bist, dann läuft es. Ja, perfektes Schlusswort eigentlich, Tina, oder nicht nur eigentlich, sondern es ist ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank nochmal. Ja, sehr gerne.